Hi Leute, heute gibt es mal wieder ein neues Video von mir und zwar zum Thema Selling Heroes. Was Selling Heroes ist, wisst ihr wahrscheinlich noch gar nicht so genau. Ich hätte es auch fast vergessen und warum das so ist, erkläre ich euch jetzt. Was ist Selling Heroes? Selling Heroes ist eine Serie, die ich 2014, 2015 zusammen mit Alexi Beksi gedreht habe. Den kennt ihr vermutlich, der ist ein sehr erfolgreicher und sehr cooler YouTuber. Eigentlich ist aus dieser Serie leider nur eine Folge geworden und zwar die Pilotfolge. Die Bahn des League, dass wir daran nicht weitergearbeitet haben, kann ich gar nicht so genau sagen. Also vom Team, wir haben uns alle super verstanden, aber ich glaube, es gab produktionstechnisch einfach große Probleme. Und es hat sich immer wieder alles verschoben und jetzt plötzlich lag dann die Serie auf Eis und es ist gar nichts mehr passiert. Und ich hatte die ehrlich gesagt echt vergessen, bis ich vor irgendwie einer Woche oder zwei plötzlich eine Mail bekommen habe. Und da hieß es, ja, die Serie bzw. der Pilot kommt jetzt auf YouTube raus. Also ab jetzt gibt es den Piloten hier auf YouTube auf dem Kanal von Alexi Beksi. Habe ich euch alles in der Infobox verlinkt. Und auch auf dem Selling Heroes Kanal, da gibt es nämlich auch einen. Selling Heroes handelt von Tim, gespielt von Alexi Beksi, der einen semi-erfolgreichen Comic-Buchladen in Hamburg leitet. Ja, sein einziger Kunde ist Martin, gespielt von Hendrik. Tim scheint mit seinem Comic-Buchladen leider zu scheitern, bis auf einmal Anna auftaucht, gespielt von mir. Anna entpuppt sich als so eine Art Nerd-Magnet und wird dann von jetzt auf gleich von Tim eingestellt, um im Comic-Buchladen zu arbeiten. Ja, mehr will ich dazu eigentlich gar nicht verraten. Schaut euch den Piloten einfach mal an. Wie bin ich eigentlich zu dieser Rolle gekommen? Also 2014, 2015 habe ich ja noch Verbotene Liebe gedreht. Und ja, diese Rolle habe ich eher so durch Zufall bekommen, glaube ich. Das war so, ich hatte ein paar Jahre zuvor mit einem anderen YouTuber was gedreht. Und zwar mit Buddy Ogyn. Da haben wir seinen ersten Film gedreht und auch eine Serie. Ja, das war so. Ich gehe da lang, da insiro, da insiro. Möchtest du ein Stab-Mikro-Ogyn? Möchtest du ein Stab-Mikro-Ogyn? Möchtest du ein Stab-Mikro-Ogyn? Möchtest du ein Stab-Mikro-Ogyn? Ja, Badi Ogyn hat mich offensichtlich weiterempfohlen an seine YouTube-Kollegen. Jedenfalls kann ich es mir nicht anders erklären. Ich habe auf einmal einen Anruf bekommen und wurde gefragt, ob ich diese schöne Rolle übernehmen möchte. Und ich fand das Buch total witzig und ich fand das Konzept echt cool. Und ja, habe dann gleich zugesagt und habe dann neben Verbotene Liebe noch schnell diese Serie gedreht. Das hat total Spaß gemacht, zumal ich es sehr cool fand, dass ich neben dieser Alexa-Rolle bei Verbotene Liebe, die ja eher eine Bitch war, dann noch so eine nette, positiv belegte Rolle spielen durfte. Und das war echt ganz cool. Schaut euch Selling Heroes auf jeden Fall mal an. Ich bin selbst sehr gespannt, was daraus geworden ist. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich hier auf meinem Kanal wieder. Bis dann! Bis zum nächsten Mal.